Willkommen in Moskau. Wir arbeiten zusammen. Ich zeige dir Moskau und bringe dich auf die richtigen Partys. Den Schmutz musst du dann selber schreiben. Ich will, dass du unserem Heft neuen Glanz verleihst. Mehr Dynamik, mehr Stil. Nimmer zeigt dir, wie die Dinge in unserer schönen Stadt laufen. Lass den auf ihr! Hi. Ich arbeite für Moskau Match. Ja. Dein Chefredakteur soll über Jaschinski schreiben. Sag ihm das. Er war Journalist, ein großes Vorbild. Er wurde ermordet, weil er sich für Gerechtigkeit eingesetzt hat. Wie hast du das da reingekriegt? Ist ja nichts Besonderes. Haben Sie Feuer für mich? Katja! Warum sind Sie hier? Verdacht auf Terrorismus. Ich weiß nicht, wie ich hier reingeraten bin. Ich bin hier aus Versehen drin. Okay? Okay. Wir nicht. Du kriegst keinen Prozess. Weißt du irgendwas über den Anschlag? Ich... Ich bin geflohen. Ich muss nochmal in meine Wohnung. Was? Das ist der absolute Wahnsinn. Das weißt du. Das weißt du? Ich bin unter real. Das weißt du. Das weißt du. Da war ist echt. Das weißt du. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist ja. Das ist der absolute Wahnsinn. Untertitelung des ZDF, 2020